ja hallo leute heute will ich euch zeigen wie man einen bussard helikopter von von der militärbasis von gta 5 klauen kann dem fort sankudo gut ist es sich dem stützpunkt mit dem luftschiff zum beispiel zu nähern auf jeden fall aus der luft weil so hat man mit einem absprung mehr zeit bis der alarm losgeht um vernünftig einen punkt auf der basis anzupeilen wo es die helis auch gibt werde ich euch dann auch gleich zeigen wenn ich abspringe ich zeige euch hier noch mal auf der karte wo das fort sankudo ist das ist hier drüben genau da und ja ich nähe mich der basis jetzt noch ein bisschen so dann springen wir mal ab und zeige ich euch jetzt wo das ist also ihr solltet in richtung flugfeld sag ich mal springen und da drüben bei diesem kleinen weißen gebäude was bei dieser lagerhalle da spawnen die helikopter in der regel ihr solltet dann einmal von links über das flugfeld dahin abdrehen weil die spawnen dann ein bisschen wahrscheinlicher jetzt hat man gesehen da sind sie gerade aufgetaucht diesmal sogar zwei stück jetzt hier direkt vier sterne die jagen uns jetzt mit allem was sie haben mit panzern sturmgewehren raketenwerfern und jetzt nichts wie hin zu dem heli am besten ihr zerschießt vorher einmal die scheiben so wie ich das gemacht habe dann braucht er nicht ganz so lange um die türen aufzumachen von dem heli und dann gebt ihr direkt vollgas direkt los fliegen und nur aufpassen dass ihr nicht in den zaun crasht weil da vorne ist ein zaun also ihr müsst ein bisschen an höhe gewinnen aber nicht zu hoch sonst können die euch mit den raketensystem anvisieren und dann immer schön nah am boden fliegen und knapp immer das war jetzt nicht so gut ja aber auf jeden fall nicht zu hoch fliegen wie gesagt und jetzt heißt es eigentlich nur noch den helikoptern die uns verfolgen zu entkommen und dafür fliege ich jetzt ziemlich gewagt über die hügelkette ist ein bisschen holprig aber wie gesagt man darf nicht zu hoch über dem über den boden fliegen weil man sonst anvisiert wird direkt schließen ein bisschen auf meinen heli aber jetzt probiere ich mal noch an geschwindigkeit zu gewinnen jetzt kann man auch ein höher schon fliegen jetzt ist man ja auch von der basis weit genug weg und jetzt geht es halt nur noch darum geschwindigkeit aufzunehmen mit dem heli und die sichtlinie zu unterbrechen zu den anderen helis jetzt habe ich es geschafft die sichtlinie zu unterbrechen jetzt haben sie mich gerade wieder gesehen ist aber nicht so schlimm jetzt einfach gas geben und dann am besten einfach auch aufs meer raus weil da werde ich auf jeden fall schon mal nicht mehr von polizei wagen gesehen und von polizisten wenn nur noch von helis die euch verfolgen jetzt habe ich aber gerade wieder erfolgreich die sichtlinie unterbrochen probiere jetzt einfach die geschwindigkeit halbwegs zu halten und mich in der nähe von den hügeln zu halten und hoffe dann einfach mal dass jetzt gleich der gesuchtsstatus weg geht nee ich will jetzt hier nicht mit raketen noch irgendwelche polizei wagen sprengen das ist jetzt gerade das letzte was ich machen wollen würde jetzt sind wir über der stadt gerade keine helis in sicht hier kann man auch schon ein bisschen anfangen an höhe zu gewinnen das an die polizei wagen nicht sind die helis haben wir abgehangen jetzt habe ich naja da ist ein anderer heli noch aufgetaucht in der stadt ja die fluchtroute ist jetzt nicht ganz optimal die ich euch hier zeige also am besten wäre es wahrscheinlich gewesen einfach aufs meer raus zu fliegen aber ist kein problem also ich fliege jetzt einfach einmal über die stadt und dann schaue ich das gleich schon die abzuschütteln könnte ja ein bisschen den rundflug noch genießen wie gesagt es ist halt nur wichtig wenn ihr die in die basis rein wollt dass ihr möglichst nicht mit einem auto oder so was da rein fahrt weil die erkennen euch viel zu früh und schlagen sehr schnell alarm bevor ihr an den wirklich guten spot seid um den bus hat helikopter zu klauen also das braucht auch noch mal in der mitte der basis aber den daraus zu bekommen ist quasi unmöglich weil da zu viele panzer sind und jets auch starten und die raketenabwehrsysteme kriegen euch und das ist halt echt praktisch an dem flutfeld den zu klauen weil da habt ihr nicht ganz so viel gegenwehr wenn ihr das schnell hinbekommt sag ich mal weg zu fliegen jetzt habe ich mich hier aufs meer rausgeschlagen und werde auch nicht mehr großartig verfolgt also das sollte jetzt gleich klar gehen ja und da ist der gesuchten status weg jetzt passt jetzt will ich den natürlich noch einlagern ich weiß aber gerade nicht ob ich den heli landeplatz schon gekauft habe ne habe ich noch nicht aber der ist da drüben der landeplatz von verspucci und da fliegen wir jetzt einfach mal hin wenn ihr so wie ich geflogen seid dann geflogen seid dann müsst ihr nur vorsichtig sein dass ihr nicht über den über den flughafen fliegt jetzt teste ich gerade mal hier ein bisschen die waffen der bus hat helikopter hat ja maschinengewehr und raketenwerfer und jetzt ist das halt nur noch eine sache da vorne hin zu fliegen einmal kurz den heli landeplatz zu kaufen und den heli landeplatz zu landen also da unten wie man sieht sind die helikopter landeplätze setze ich den doch ja auch mal schön in den gelben landeplatz rein und dann gehe ich jetzt eben mal den heli platz auch kaufen na super von der seite geht es nicht einmal rumgelaufen so gekauft okay dann werde ich doch mal den heli da jetzt auch drin landen und den so parken ich weiß jetzt nicht wie das hier läuft ob man hier auch eigentlich mit dem steuerkreuz noch irgendwas drücken muss manchmal ist das ja so ich glaube mal kurz ein stück steht immer noch da okay mit dem steuerkreuz kann ich nichts machen ich glaube ich stelle den noch mal ein stück besser in die landezone keine ahnung ob dann da irgendwie was funktioniert besser aber normalerweise müsst ihr den da nur hinstellen und dann wird er auch gespeichert und dann habt ihr den da verfügbar jetzt laufe ich mal ein stück weg mal gucken ob da irgendwie was passiert ja steht immer noch da also heißt es für mich dass das funktioniert hat soweit mit dem parken und dass ich jetzt hier den netten bussard helikopter verfügbar habe muss ich doch hier noch mit meiner neuen errungenschaft mal ein foto machen ach kacke ey das ist irgendwie komisch gemacht dass das mit der kamera wirklich in die richtung funktioniert mit der man gerade guckt mit der kamera und nicht in die richtung in die der charakter guckt aber gut hier noch ein schönes selfie klick so ja ich hoffe das hat euch geholfen und jetzt zeige ich euch noch lustigerweise ein paar outtakes weil es hat natürlich nicht direkt bei mir geklappt ja das war echt eine ganz schöne scheiße zwischendurch habe ich auch mal probiert ein paar jets zu klauen aber naja ich hoffe das video hat euch geholfen so schmeckt das video abonniert das video abonniert meinen kanal wir hätten euch denn euch und dann